ja hallo leute und weiter geht's mit space marine leute wir haben die batterien gewechselt und müssen da jetzt auf den rambock springen bevor er ins faktorum kracht und ja batterien gewechselt jetzt gibt es keine ausreden mehr und der fährt ja schon da wie verrückt dann laufen wir mal schnell komm Junge noch mehr menschen zu pöten oh oh haben wir alle und schon wieder ich hab den jetzt wirklich nicht gehört den spreng einzig aber wir sind da drin oder was ist aber wir müssen auf die andere seite ja klar das war doch wieder mal klar typisch lauf zu mein freund da oben gibt es gut einiges zu hauen nehme ich an ja komm her da lass mich doch in ruhe da lass mich doch in ruhe und haut ab Leute ich glaub da geht's um Zeit und so und der hat mich natürlich oh ha 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 meine Freunde die kommen da alle auf uns zu wie verrückt da oben ist auch noch einer ne ok von wegen auf Zeit und nachland irgendwas ja klar und wir müssen jetzt da rauf denke ich ja sind wir schon wir sind da schon richtig ha 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 komm her und geschafft na Gott sei Dank Leute los stoppen wir den Rambog Zeit bis zum Aufprall weniger als 6 Minuten Zeit genug gut gut dann machen wir das doch ha 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 6 Minuten ist immer cool neues Einsatzziel stoppen sie den Rambog ok aktiviert und ich denk ja Mund noch irgendwo Mund nirgends da müssen wir auch rein ach ja da ich schmeiße mal da bei den ha 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 Okay. Die hätten wir. Ich glaube, die nächste Welle kommt davon. Die werden wir gleich so nehmen. Komm her. Und ein Big Papa. Oh, das hat nichts genutzt. So, einen Big Papa hätten wir auch. Und noch einmal. Komm her. So, sechs Minuten sind ja auch nicht lang, denke ich mal. Ja. Ich glaube, wir schaffen das wieder mal nicht. Ja, ich bin ja immer so positiv eingestellt. Wo ist denn der? Und wo komme ich da weiter? Okay. Ah, darüber. Sorry. Aus. Sie tun aus Zeit bis zum Aufprall. Wir haben weniger als vier Minuten. Wir müssen uns um dieses Landungsschiff kümmern. Mit Foltern kann man die Panzerung nicht durchdringen. Da kommt gleich eine schwere Waffe. Na vorwärts. Ah! 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 Komm her, komm zu Papa. Ich bin wirklich nicht gut unter Zeitdruck. Ich bin ja so und so nicht gut. Aber egal. So, da ist ja noch einer, oder? So, ich glaube, wir brauchen auch Granaten, gell? Geben Sie mir Deckung, während ich vorrücke. Okay, Leute. Deckung geben, ja? Und ich rücke vor. Wo muss ich da jetzt hin wieder? Da rauf, komm her. Ah. Du, jetzt mach... Mach keine Faxen da. Ah, komm her. Ja, ich nehme die Plasma-Kanone. So, und jetzt? X zum Rausreißen. Und du. Na, komm her. Gibt's denn sowas? Oh, das gibt's ja nicht, Leute. Seht ihr, der hat mich da jetzt wirklich bis auf die Hälfte reduziert mit seiner Portkanone. Ah, so ein Schmank. Sprinten ist eine gute Idee. Okay, wir müssen da jetzt nochmal rauf. Ruckzuck. Und... Schauen, dass wir das einigermaßen hinkriegen mit dieser... Wumme, ja? So, da ist ja noch ein Heinze nämlich, oder? Nicht mehr? Nö. Und jetzt, komm her. Ja, nimm sie doch. Okay. Was hast du da? X zum Rausreißen, ja? Ja, Leute, gibt's denn sowas? Lüften. Der haut mich da in Klump. Komm her. So, jetzt muss es aber funktionieren, weil sonst bin ich weg. Okay. Und da sind meine Kollegen, die mir Feuerschutz geben sollten. Und schon wieder. Okay, Leute, wir machen hier einen kurzen Schnitt und sehen uns dann gleich wieder. Okay, okay.